Die hierzu erwerbende gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Remscheid-Innenstadt. Das im Jahr 1972 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 119.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.